Ja, wo willst du dann hin? Hey, ja, das ist immer, wenn ein Ding kaputt geht. Wenn du es hier hin machst, wenn da drunter die Erde kaputt geht, ist es auch weg. Ich muss es halt näher meiner Basis machen, weil das ganze Zeug drin ist. Näher meines Platzes. Also ich würde es hier dann hinstellen. Also ich stelle meine hier dann hin. Wenn es irgendwann mal... Achso. 26 Sekunden dauert es nur. Soll ich dir die Sachen wiedergeben, den Rest, oder? Ja, falls man nur eine Schmiede machen muss, kannst du ja irgendwo einlagern. Ja, ja, das sowieso. Weil wenn man einmal eine Schmiede hat, dann kann man auch sehr viel neu bauen. Also die ganzen Eisenrohre und so, das kannst du dir alle nicht bauen. Das kannst du nicht sammeln. Eisenrohre, Nägel, das kannst du ja alles bauen. Ich kann doch eine Werkbank jetzt bauen. Einzige, was man nicht bauen kann, sind halt Klebebinder. Da kann man halt chemisch, glaube ich, kann man Kleber machen. Ich glaube, Klebebinder auch, ja. Irgendwie kannst du... Warte mal. Stell es jetzt einfach hier, nee, wir benutzen es jetzt. Klebeband. Weil eine überlebt das ja... Nee, also Klebeband kannst du so herstellen. Ein Klebereinstoff hitzen. Ja, aber Kleber war nicht. Achso, ja, das kannst du am Lagerfeuer herstellen. Oder im Chemietisch. Ja, was kostet so ein Kleber? Zwei große Knochen... Also am Lagerfeuer kostet zwei große Knochen und eine Flasche trübes Wasser. Flasche was? Trübes Wasser. Ja, gar nichts. Hast du es gewusst? Nö. Naja, viel Freude an den Spielen. So. Ähm, okay. Er wird mit Kohle befeuert. Spitz... Abgehört. Verdammt. Wir brauchen doch nicht mal... Warte mal. Geschmiedetes Eisen. Eisen. Ambusse. Hä? Das ist... Oh Mann, das ist doch nicht die Schmiede. Iron. Und Clay. Wollen wir dafür... Clay. Nee, stimmt. Das ist lehmige Erde. Das ist dasselbe Symbol, das ist einfach nicht übersetzt. Ja. Weil reinen Lehm... Den zu finden, ist echt schwer. Das ist es, ja. Ja, das ist gut. Dann... Lass ich da erstmal mein ganzes Ding rein, lass es mal ein bisschen da runter brennen, denn... Ich hab so viel Eisen, ich weiß ja. Ich hab nicht so viel aufgehoben, aber... Ich find's so gut, dass sie den Timer eingefickt haben, dass man sieht, wann das... eingesackt wird. Den Ambros brauchst du viel, aber ich hab den Ambros ja schon... Ja, aber den Ambros brauchst du für das Eisen nicht. Für das Geschmiede Eisen nicht. Auch für die Axt nicht, weil die Axt... Also die Spitzhäcke kannst du ja nur mit Inventar herstellen. Machen wir erstmal die Eisenscheiß jetzt da. Ich glaub dann... ... uns fast gar nicht mehr loszugehen. Irgendwie nicht schnell. Also meine läuft jetzt ungefähr drei Stunden. Und ich werd auch die Schmieden nicht mehr übereinander platzieren. Und ich? Auch wenn der Bug vielleicht gefixt wurde, ich geh das Risiko nicht ein. Ach komm, man. Gescheites Jagdmesser bauen. Diesen Vorschlag haben wir ja. Boah, das war so... Das OP ist das Ding. Und ich war ja zwischendurch mal ein Level ab. Ach, apropos. Ein Punkt. Jetzt kann ich eine Workbench bauen. Und dann geht's hier vorwärts. Workbench muss man aber auch dann zweimal machen. Wenn man die jetzt dann baut. Ja, sie braucht Mechaniker, Farz, Schraubenschüssel, Clownhammer, Holz und... Na gut, die baue ich jetzt noch nicht hin. Das ist mal nur die Schmiede für die Waffen. Das ist halt mal das Wichtigste. Eine andere Werkbank, die baue ich dann, wenn wir hier Final sind. Weil das hilft uns jetzt erstmal auch die Basis schneller abzureißen und umzumodellieren. Das ist auf jeden Fall. Ja, wenn wir uns ausloggen, schmiedet das doch weiter, oder? Ne, die Zeit läuft nicht weiter, aber die Sachen doch... Eigentlich läuft die Zeit nicht weiter, aber trotzdem sind die Bäume gewachsen. Das ist halt sehr merkwürdig. Dann muss man es mal probieren. Oh, wir können einen Hammer bauen. Das ist ja so schön. Der 1000 Iron kostet einen Scheiß-Ambas, ey. Ja, das ist immerhin ein Hammer, also. Ein Insolator. Ah, ich habe noch Schnee. Wüsste ich gar nicht, warum haben wir ein bisschen Wasser? Wie viel denn? 90. Crucible-Werkzeugkiste. Kann man die Werkzeugkiste mittlerweile herstellen, oder ist die immer noch required für zum Finden? Ne. Kann man nicht. Kann 27 Wasser herstellen. Ist ja mal ein bisschen was. Ich glaube, ich habe auch gescaled gerade eben. Das ist schon mehr aus Fleisch rausbekommen, also mehr an Wildtieren. Ist das ein Ding, oder was? Wo ist denn der Schütze? Versehen. Hans-Man, ne. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Was? Ich habe so 20% mehr Ressourcen. Hans-Man. Hans-Man. Ich glaube, ich gehe erst mal voll auf Werkzeuge. Intelligenz voll. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Aufnahmen wieder. In diesem Sinne. Bis dahin. Ich bin wieder auf dem Server. Okay. Ich glaube, die Schmiede arbeitet weiter. Sim. Ja. Die Schmiede arbeitet definitiv weiter. Weil ich habe jetzt nur noch... Also mein Metall ist komplett weg. Und statt 3000 irgendwas Clay habe ich nur noch 1300 drin. Warum... Öffnet sich Daisy... Äh, Daisy, wollte ich sagen. Daisy? Und das... Warum sich das öffnet? Hast du nicht draufgeklickt? Doch. Ach. Ah, jetzt. Ja, die läuft weiter. Ja. 100%. Die läuft weiter. 100%ig. Weil... Es sei denn, du warst zu... Nee, das wird... 13 oder 27. Nee. Tag 8. Ja. Die läuft weiter. Gut zu wissen. Das heißt, immer bevor man offline geht, einfach mal vollklatschen mit irgendwas, ne? Ich meine, das Schmieden dauert ja ewig. So. Was machen wir dann jetzt? Wir brauchen viel geschmiedetes Eisen, ne? Wieviel kann ich nicht? 111. Ich stelle auch mal zuerst Amboss her. Amboss brauche ich auf jeden Fall. Geschmiedetes Eisen. 13 kann ich mir noch herstellen. Dann machen wir das auch. Das mache ich mal so. Das mache ich mal so. Ja. Das war gerade nicht so geil. Scheiße. Oh, ich habe. Was du haben kannst. Ich verhalte nämlich jetzt die hier. Ja, die könnte ich auch gleich herstellen. Außerdem kann ich schon Stufe 5 herstellen. Ich habe eine Stufe 5. Aber ich bin ja am Schmieden oder so. Was ist denn die für ein Level, deine? Hier. Haha. Ich kann Stufe 5 herstellen. Aber das geht ja eh nur auf Durability und Stamina-Kost du hast, ja? So. Ah, fuck. Ich brauche Holz. Apropos Holz. Achso. Achso. Party-Anladung und so. Mhm. Habe ich gemacht. Ich benutze die Eisenspitzhacke trotzdem erstmal nur für Eisen. Weil für Holz ist es halt erstmal sinnlos. Es sei denn, du hast auch eine Holzspitzhacke. Vielleicht sollte ich mal auch eine Feuerachs machen gerade. Wenn ich schon dabei bin. Dann können wir wieder sofort losgehen. Das heißt, ähm... Das sind 13... Was ist das noch? Mit den Mambus? Ja, guck mal hier. Geht ja eigentlich ganz schnell. Also ich stelle noch gerade 13... 13 Metalle und dann können wir wieder los. Ja? Ja? Was gibt's denn da hinten? Nein. Ha? Nein. Achso. Ach, das ist an demselben Felsen, wo ich war. Ich habe immer noch fast 2000... Ach, Steine braucht man ja auch da drin, oder? Nee. Nee. Aber für irgendwas hat man... Man stein... Ah, doch, doch. Für Zement. Stimmt. Später, ja. Ja, aber kann man ja schon mal... Obwohl... Also Metall abzubauen... ...forscht man natürlich auch erstmal Metall... ...ader. Ja gut, äh... ...du kannst ja das Metall da einfach reinlegen. Apropos... Ja, das Eisen er hat, oder das Eisen kannst du reinlegen? Gut, das Eisen müsste man dann abbauen. Gibt ja... Ha? So. Drei Minuten ist okay. Ach, komm. So, dann hätte ich einmal das hier und das hier. Drei Minuten... ...und dann können wir los. Obwohl wir können eigentlich schon los, das kann ich ja unterwegs erstellen. Bist du bereit? Noch nicht, ne. Dann mach dich mal bereit. Jetzt haben wir keine Zeit. Denk dran, dass du manche Sachen auch direkt einschmelzen kannst. Es gibt mehr damit. ...und dann ein bisschen. Bullet casing. Oh, je... ... ... ...bullet casing. Steal. Steal bullet casings are cheaper, ... ... ... ... ... ... ... Also, sie sind nicht unbedingt stärker, dann. 35. 31. Sie sind tatsächlich schwächer. Oh. Okay. Warum was? Nichts gesagt. Äh, eine. Warte mal. Apropos, Moment mal. Ich muss kurz mal, bevor wir losgehen, die Sieheholz erbauen, damit die Schmiede genug hat, weil die nicht so viel... Tu das. ...strennt nicht durch, meine Meinung nicht. Ich habe jetzt die Mod mal auf die Eisenspitzhacke gemacht. Ties und mein Puppetwurst. Hä, wo ist denn meine... Also, meine Schmiede läuft noch 54 Minuten. Das ist mehr als, was da... ...was da drin ist. Kann ich die Mod auch in die Schaufel dann machen? Oh, wie schnell das geht, wenn so ein Baum fällt, ja. Und wie viel baut der ab? Kann ich die hier nicht zerstellen? Der baut 100 mit einem Schlag ab. Ich werde es gleich sehen. Ja, der baut 100... ...was 100 mit einem Schlag ab. Nein! Oh mein Gott. Wie schnell geht das? Das ist ein schicke Gerät. Schauen wir mal. Gehen auch nicht so schnell kaputt, die Dinger. Nein. So, dann feuern wir mal die Schmiede. Oha. 54. Ja. 5,61. Ein bisschen weniger als 100 baut er. Pound 90. Alles okay. Das ist super. Anscheinend. Level 1 auf der Axt. Die kann ich ja zerlegen. Ja. Vor allem du kriegst auch noch viel mehr Holz raus. Das ist auch noch. Wo es kommt so gut. Ähm. Ich wollte irgendwas machen. Ich habe es heute vergessen. Achso, ich wollte das Eisens helfen. Brauche ich jetzt unterwegs? Brauche ich die eigentlich nicht, oder? Doch, zum reparieren. Jedenfalls. Wenn es kaputt geht, musst du es unterwegs reparieren. Dann nehme ich einfach mal 20 mit. Ich hatte immer irgendwie 100 dabei, oder so. Weil ich am Ende, am Ende hatte ich 1000. Auf dem sein. Muss noch ganz, beziehungsweise, ne, ich muss nicht warten. Ich warte, bis ich 10 Stück hergestellt habe, und geht's los. Ich will mal trinken, essen auffüllen, und dann gib ihm. Essen noch. Ja, ich will komplett halten. Komm schon. Tu es. Tu es. Ja. Essen wird echt knapp. Ja. Ja. Ist jetzt nicht so viel. So. Trinken ist nicht so spät. Immer noch. Geh mir schon mit. Sicherheit. Von mir aus. Können wir. Du hast keine Hose an. Du hast keine Hose an, oder? Shorts. Ähm, das sind, ja, ja. Shorts. Hallo, die sind heat resistant, oder? Ja, cold resistant. Ja, schon. Ich gehst nur heat resistant. Ich seh so gut aus. All die kurz sind. Ja, und cold resistant, dafür habe ich den Ledermantel an. Also, die, die, die Jacke. Der hält sich aus. Ich guck gerade. Ich hab ein paar, ich hab ein paar, ich hab ein paar neue Häuser markiert. Die wir schon gemacht haben, aber, ähm. Ich hab alle markiert, die. Ich hab vollständig getan, weil ich hab meine, das ist wahrscheinlich nicht vollständig. Ich hab alle, ich mach immer, sobald wir in einem fertig sind, mal ich dann kreuze. Das heißt, die, also die Straße, da unten haben wir komplett. Mhm. Und die Straße hier haben wir komplett. Dann muss ich hier noch, halt mal, weg. Also, du siehst hier auf der Karte, rechts. Was war das? Hier ist hier irgendwas. Ich hab's gehört. Nee, hier. Das habe ich markiert jetzt. Du siehst hier rechts die fünf Häuser. Also, es sind vier Stück und oben an der Kreuzung ist noch eins direkt dran. Auf der rechten Seite, die haben wir alle. Rechts daneben, dieses Ding haben wir alle. Und, die Straße hier. Oder? Oh, diese Metalldinger hier mitmachen, ne? Die nämlich eh sind kaputt. Ich weiß. Die Straße hier haben wir komplett bis hinten zur Kreuzung. Alle Häuser links und rechts. Genau, hab ich markiert jetzt. Das heißt, wir sind jetzt... Das Haus haben wir noch nicht hier, oder? Das hier. Ja. Das haben wir schon, oder? Doch, Max. Doch, ne? Als nächstes kommt da, Bob's Bakery. Das ist die nächste. Dieses hier. Das ist der Vorschlaghammer, der ist... OP. Einschlag... Also, wenn du über das giltst, Einschlag... B in Zombie. Was machst du da? So. Stimmt. Zum einen Metall. Die Weinsch kann man ja auch jetzt reparieren. Da hört sich... ... so wild. Alter. Guck mal hier. Tss. Hoho. Was brauchen wir denn für Materialien? So eine. Hä? Ach, das Glas. Das Glas davor. Das ist jetzt aber kaputt. Jetzt können wir durchschießen. Es kommt. Wah! Voll die Eier, Alter. Wie gern würde ich auf den jetzt mit dem Vorschlaghammer einhauen? Äh Und ich äh Er ist sich in die Hose gepisst, siehst du das? Braune Streifen in der Hose Ey, ist nicht mehr Ich glaube das ist tot Oh da, da ist es halt Hä Ähm Warum denkst du wie ein Huhn, ey Ja Äh Äh Oh Daneben gehauen Oh voll im Kopf Volles Ding im Kopf Hä Oh der macht's Der tanzt ein bisschen Oh das ist ja noch einer Ding Schaden hat abgekriegt Ah voll ins Bein, alter Das war's Boah Glaskrüge, den nehme ich schon gar nicht mehr mit Weil So, hab ich einen Cooling Mesh Schematik High-Tash-Modifikations to Weapons and Armour Ja, was ist das hier? Ninja-Movement Weißt du das? Oh Es hört sich an, als ob das ein Paar wären Hä Ah, das ist so ein Zappel Zappel 1 Oh fuck Oh fuck